Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Armee-Plug. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass immer mehr Leute und auch Familien halt das Mealprepping für sich entdecken. Und dann habe ich mir gedacht, dass eigentlich im Brotdosen- und im Snackbereich, das ja eigentlich ganz besonders viel Sinn macht. Weil gerade morgens will, glaube ich, keiner irgendwie so ewig lang in der Küche rumstehen und vielleicht noch den Backofen anschmeißen, um jetzt irgendwie Abwechslung in die Kinderernährung zu bringen. Und ich finde auch nachmittags, weiß nicht, weil man vielleicht gestresst von der Arbeit ist oder so, dann muss das auch nicht unbedingt sein, auf jeden Fall nicht regelmäßig. Und da finde ich es einfach wirklich total praktisch, wenn ich auf fertige Snacks zurückgreifen kann, die ich in der Tiefkültruhe habe oder im Kühlschrank und dann vielleicht morgens ruckzuck in wenigen Minuten einfach die Brotdose fertig habe und die dann auch noch gesund ist und vollwertig und abwechslungsreich. Ja, und in diesem Video zeige ich euch jetzt, wie einfach Mealprepping für die Brotdose geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und danach beim Selbermachen. So, also ein organisiertes Mealprepping, das startet ja bekanntlich mit einfachen und gut umsetzbaren Rezepten und dafür suche ich mir jetzt noch ein paar Rezepte aus meinem unendlichen Speiseplan raus und da hole ich jetzt auch ganz kurz aus für, denn hier gibt es direkt was Neues für euch, das euch, denke ich, auch sehr interessiert, weil ich immer wieder seit Jahren jetzt mittlerweile gefragt werde, ob es meine Brotdosen, Ideen und Rezepte nicht auch mal gebündelt in einem Buch gibt oder anderweitig irgendwie zusammengefasst, habe ich jetzt gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Ich mache ein Rezeptkartenset zum Thema Brotdosen, auch passend für den unendlichen Speiseplan fertig, in dem jetzt wirklich alle unsere Lieblingsrezepte drin sind. Also alle Rezepte, zu denen ich öffentlich das beste Feedback von euch bekommen habe und zusätzlich noch die besten Ideen, bei denen fand ich es jetzt praktisch, dass sie bebildet sind, damit man sie halt mit anpinnen kann und sie direkt dann auch vor Augen halten. Und dann habe ich auch noch neue eigene Lieblingsrezepte mit dazu getan und jetzt alles auf Mehlfrap-Tauglichkeit auch nochmal durchgetestet und auf den Karten vermerkt und ich finde, jetzt ist das eine echt schöne runde Sache geworden und ein hilfreiches Brotdosenkartenset entstanden, mit dem man so organisiert, schnell und einfach, wie irgendwie möglich, besondere Brotdosen für sein Kind vorbereiten kann oder auch mit seinem Kind natürlich kann das Kind auch helfen, beziehungsweise auch für die ganze Familie. Ja, und dann haben wir sogar noch ein zweites Kartenzelt, das jetzt hier auch super reinpasst und auch eine tolle Ergänzung nochmal zum Brotdosen-Set ist, denn das sind gesunde Nachmittags-Snacks, beziehungsweise gleichzeitig gesunde Naschereien, ohne raffinierten Zucker, beziehungsweise mit sehr, sehr wenig, die deshalb aber auch genauso gut als Kinderfrühstück in der Brotdose oder halt auf dem Frühstückstisch landen können. Und jetzt fragen sich bestimmt einige, zu wem das Foto gehört. Hier stelle ich euch jetzt die liebe Lisa vom MamaBlog Lieblings 2 einmal vor. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass wir eine neue Serie zum unendlichen Speiseplan gestartet haben, die MamiBlog X-Friends Edition und das bedeutet, dass ich praktisch Foodbloggern, also Foodmama-Bloggern, den ich gerne folge und die ich besonders toll finde, anfrage, ob sie Teil des unendlichen Speiseplans werden wollen. Und Lisa hat jetzt nach Marias Set das zweite gemacht und hier 30 einfache Rezepte zusammengestellt, die eben besonders gut zu unserem Konzept passen, also einfach sehr unaufwendig umgesetzt werden können. Lisa hat einen unheimlich liebevollen Blog, also ich verlinke euch die Webseite und ihr Instagram-Profil in der Infobox. Wer sie nicht kennt, folgendes ausdrücklich erlaubt. So, jedenfalls nehme ich jetzt aus beiden Kartensets so ein paar leckere Rezepte raus, die ich gut und einfach vorbereiten kann. Ihr seht jetzt schon an den wenigen Zutaten immer, wie einfach die Sachen gemacht sind und könnt daran auch direkt sehen, was ihr noch da habt und was ihr noch einkaufen müsst. Und ich nehme immer gerne eine schöne Mischung aus Sachen, die ich halt einfrieren kann und Dingen, die ich im Kühlschrank aufbewahre. Aus den Sachen im Kühlschrank mache ich dann die ersten Brotdosen und später im Laufe der Zeit bediene ich mich dann immer mehr an der Tiefkühltruhe, bis alles aufgegessen ist. Und mit den Sachen, die ich hier jetzt einplane, können wir eine ganze Menge an Brotdosen machen und auch nachmittags noch lange davon essen. Also das ist jetzt nicht irgendwie in einer Woche alles aufgegessen. Vorbereitet habe ich jetzt ungesüßte Kirschmuffins, unsere hier ganz beliebten Müslu-Ufos, einen Joghurt-Dip zum Eindippen von Gemüse zum Beispiel, No-Bake-Kokosecken, also müssen nicht gebacken werden, und Apfel-Karotten-Waffeln. Und dann habe ich direkt nochmal ein paar Eier hart gekocht, das macht sich immer gut, finde ich. Die halten im Kühlschrank dann sehr lange und morgens dauert mir das immer zu lang, dann mache ich das dann immer eher nicht. Und die lassen sich einmal fix zu einem mega leckeren Ei-Aufstrich verrühren oder natürlich auch einfach Soda zugeben. Also dann fange ich jetzt an mit dem ersten leckeren Snack, Lisas Kirschmuffins ohne weiteren Zucker. Also wer jetzt klein nicht darauf achtet, der findet natürlich so ein bisschen Zucker in den Kirschen. Allerdings spart man schon wirklich viel ein, dadurch, dass dem Teig keiner zugegeben wird und durch die Kirschen vermisst man diese eigentlich fehlende Süße im Teig gar nicht. Also die schmecken allen in unserer Familie wirklich ganz besonders lecker. Also die probiert auf jeden Fall, wenn ihr die Kirschen gerne mögt, da werdet ihr vielleicht überrascht sein. Ihr braucht dafür ein Ei, 50 Gramm Butter, dann braucht ihr 60 Gramm Apfelmark, wer keinen Apfelmark da hat, nimmt einfach Apfelmus, da ist jetzt ein bisschen Zucker drin, Apfelmark besteht halt aus wirklich 100 Prozent Apfellen. 60 Milliliter Buttermilch, 125 Gramm Mehl, ein bisschen Backpulver und ein halbes Glas Kirschen. So, jetzt schlagt ihr Ei und Butter nur einmal ganz kurz auf, rührt dann das Apfelmark rein, vermischt in einer extra Schüssel nochmal Mehl und Backpulver gut miteinander, wie immer, dann gehen die Muffins gleichmäßiger auf. Und jetzt gebt ihr die Mehlmischung zusammen mit der Buttermilch nach und nach zum Teig, bis so eine schöne cremige Konsistenz entstanden ist. Ja, und jetzt hebt ihr nur noch die Kirschen unter und ab damit in den Backofen. Und der Teig reicht jetzt genau für sechs große Muffins für die Brotdose oder für kleine Kinder könnt ihr selbstverständlich auch Mini-Muffins machen. Die brauchen halt einfach ein paar Minuten kürzer. Ich mache die sehr, sehr gern, weil die von allein in der Brotdose auftauen. Ich kann die also morgens also gut gefroren da reinlegen und dann war's das. Während die Muffins jetzt im Ofen sind, mache ich mich an die Kokosecken. Also die müssen nicht gebacken werden, deshalb lassen sie sich hier jetzt gut einschieben. Ich fand das faszinierend übrigens, dass die Masse im Kühlschrank so fest wird, dass man sie gut dann in Dreiecke schneiden kann und so essen kann. Das schmeckt so ein bisschen irgendwie wie so ein festes Overnight Oat mit Kokosgeschmack. Also wer Kokos mag, sind wirklich ganz, ganz lecker und immer was anderes, finde ich. Dafür braucht ihr 100 Gramm Haferflocken, 25 Gramm gemahlene Mandeln, 90 Gramm feste Kokosmilch, 50 Milliliter Kokosdrink oder Milch tut's auch, wenn man keinen Kokosdrink da hat, hatte ich nicht, 30 Gramm Honig und 60 Gramm Kokosraspel. Die Haferflocken gebt ihr jetzt einmal in den Mixer und zerschreddert so lang, bis sie ganz fein sind. Und dieses Haferflockenmehl vermengt ihr jetzt mit den Mandeln. In der Schüssel mischt ihr die Kokosmilch mit dem Honig, mit der Milch und mit den Kokosraspeln und dann gebt ihr da eure Haferflockenmischung einfach rein. Jetzt vermengt ihr nochmal alles gut und diese feuchte Masse dann, die gebt ihr jetzt in eine geeignete Form von ungefähr 20 mal 20 Zentimeter. Also da nehmt ihr ein Backblech zum Beispiel, ein halbes, tut's ungefähr von der Fläche her. Ich hatte jetzt so einen viereckigen Teller, der war sehr praktisch und genau 20 mal 20 groß. Und jetzt kommt das Ganze erstmal einfach nur in den Kühlschrank und wird da fest. Ich hab das jetzt nach der Kühlzeit in ganz kleine Dreiecke geschnitten. Ich mag das für die Brotdose vor allem, wenn man immer nur so kleine Häppchen davon hat. Ist natürlich dann ein bisschen mehr Arbeit, aber gut. Und wer mag, der kann das Ganze jetzt auch noch mit Schokolade überziehen. Dann ist es natürlich nicht mehr zuckerfrei. Ich hab's jetzt teilweise gemacht und ein paar so gelassen. Und die ohne packe ich jetzt ja nicht mit in die Brotdose. Die mit Schokolade sind jetzt eher für den Nachmittag gedacht, aber ich geb die sonst auch jetzt kleinen Snacks mit in die Brotdose. Gut, und dann hab ich noch unsere Müsli-Ufus fertig gemacht. Die kennt ihr schon, aber weil sie hier so beliebt sind in unserer Familie und sie sich einfach so perfekt einfrieren und rauszaubern lassen, mach ich sie auch direkt nochmal mit für dieses Video hier. Also hier schmeckt dann tatsächlich null Unterschied, ob die frisch gemacht sind oder aus der Tiefküttruhe kommen. Und die sind ja auch super fix fertig. Sind übrigens sehr süß, allerdings wirklich durchaus gesund, denn die bestehen eigentlich nur aus einer Frucht-Nuss-Mischung, Haferflocken, bisschen Fruchtsaft, ja und dann halt den Backoblatten. Und jetzt mixt ihr eben alle Zutaten aus den Backoblatten natürlich zusammen und dann gebt ihr diese Masse löffelweise auf die Backoblatten. Ihr könnt ja auch größere nehmen. Ich hab im Rezept angegeben, nehmt die größeren, dann ist das weniger Arbeit. Drückt dann bei jedem einen Deckel drauf und presst das eine Weile, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr vielleicht ein Backblech drauflegen und beschweren zum Beispiel. Aber das hält auch mit ganz wenig Druck schon super zusammen und dann sind die Müsli-Ufos fertig und wirklich, ich glaub, die schmecken fast jedem. Und als allerletztes mach ich jetzt noch Apfel-Karotten-Waffeln. Meine mögen die Kombi Apfel-Karotte sehr, deshalb lieben sie auch diese Waffeln und die fragen grad meistens am Nachmittag immer danach. Aber auch in der Brotdose machen die sich natürlich super. Auftauen lassen könnt ihr sie jetzt entweder wieder direkt in der Brotdose, also einfach reinlegen, auf dem Weg in die Kita sind die aufgetaut, oder sonst gehen generell Waffeln immer gut im Toaster aufzuwärmen, dann sind sie direkt auch wieder warm. Das ist dann natürlich eher der Tipp für den Nachmittag, wenn man die sofort isst. Mikrowelle geht natürlich auch. Dann macht ihr jetzt im Prinzip einfach nur einen Waffelteig und gebt dann statt Zucker die Apfel-Karotten-Raspel dazu. Wenn das jetzt schneller gehen soll, nehmt ihr einfach so fertige Karottenraspeln und Apfelmus, das geht auch, die fertigen Raspel sind natürlich so ein bisschen größer. Das heißt, man sieht sie auch besser. Das würde ich jetzt nur bedenken, falls ihr zufällig zum Team Gemüseverstecken gehört. Genau, und das war's jetzt eigentlich mit der Vorbereitung. Also ich find's echt einfach jetzt, das Ganze hat jetzt vielleicht ohne einzukaufen, ja sagen wir zwei Stunden gedauert, ganz genau kann ich's jetzt immer nicht sagen, weil ich dabei gefilmt hab, dann dauert's immer schon ein bisschen länger. Aber das Gute ist halt, dass man eben wirklich dann alles schon draußen hat, sodass man unterm Strich einfach viel Zeit spart, wenn man mehrere Dinge gleich hintereinander macht. Und man muss sich auch nur einmal dazu motivieren. Das ist, glaube ich, der wahre Vorteil bei Meal Pripping. Und das macht dann auch echt Spaß, wenn man unter der Woche eben immer so viel verschiedene gesunde Sachen rauszaubern kann. Und wie ihr seht, ist dann morgens halt auch wirklich kein Stress. Also die Brotdosen sind jetzt ganz unaufwendig und schnell fertig. So kleine Ideen, wie gesagt, könnt ihr dann mit Hilfe der Karten schnell morgens noch umsetzen. Das betrifft jetzt einmal die Ideen, die hier bebildert sind, aber auch wirklich kurze Sachen mache ich schnell frisch. Zum Beispiel so einen Joghurt-Dip. Den kann man zwar vorbereiten und den kann man auch im Kühlschrank eine Weile aufbewahren. Der dauert aber morgens auch nur vielleicht drei Minuten. Da gebt ihr also wirklich nur drei Esslöffel Naturjoghurt, zwei Esslöffel saure Sahne, so ein bisschen Zucker und ein bisschen Zitronensaft dazu. Würst alles schnell mit Salz und Pfeffer. Und das ist dann jetzt auch schon euer Grundrezept für den Dip. Und der schmeckt durch die saure Sahne so wirklich ganz weich, mild und fein. Und die Kinder essen den erfahrungsgemäß einfach sehr gern. Und jetzt könnt ihr den halt auch noch ganz nach Geschmack, das finde ich das Praktische an diesem Dip, abändern. Also zum Beispiel packt ihr ein bisschen Honig, ein bisschen Senf rein. Den Geschmack mögen wir zum Beispiel total gerne. Dann habt ihr einfach einen Honig-Senf-Dip oder eben nach Geschmack was anderes zum Verfeinern. Ja, den Ei aufstrich zum Beispiel auch. Auch überhaupt gar keinen Stress morgens. Wenn ihr schon hart gekochte Eier am Kühlschrank habt, sowieso nicht. Dann mixt ihr auch einfach schnell zwei Esslöffel Frischkäse mit einem Esslöffel Naturjoghurt und einem Viertel Teelöffel Senf zusammen. Würfelt schnell das Ei und hebt das da drunter. Abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und wer mag noch mit ein bisschen Schnittlauch. Ich tue das jetzt auf ein recht ungesundes Toasty. Also nicht wundern. Ab und zu packe ich auch ungesunde Sachen mit in die Brotdose. Das finde ich auch nicht weiter schlimm. Denn ich finde, wenn die Brotdose insgesamt ausgewogen ist, dann ist das alles, was zählt. Also hier seht ihr jetzt nochmal das ganze Prinzip. Meine Mittagessen sind jetzt für alle sieben Tage der Woche, von Montag bis Sonntag, angepinnt. Und die Mealprep-Rezepte, die pinne ich mir extra nochmal an. Das sind jetzt die Rezepte dabei, die ich vorbereite. Aber auch die, die ich eventuell dann noch frisch dazu mache. Ach so, und Obst und Gemüse zum Beispiel, das schile ich wirklich immer ganz frisch. Also es gibt Leute, die machen bei Mealprepping ja auch schon das in größeren Mengen fertig und bewahren das dann unter Wasser auf zum Beispiel. Das soll aber nicht wirklich empfehlenswert sein, weil dabei schon viele Vitamine sich im Wasser lösen und kaputt gehen. Und ja, mein Gott, das ist so schnell gemacht. Also frisches Obst und Gemüse ist mir immer am wichtigsten, dass das dann da in der Brotdose landet. Und das Blumenkohl-Schaf hier übrigens, das wollte ich auch nochmal erwähnen, das ist tatsächlich roh. Blumenkohl kann man super roh essen. Wer das nicht wusste, schmeckt so ein bisschen ähnlich wie Kohlrabi. Ja, und durchs Kochen gehen ja auch schon immer viele Vitamine kaputt. Deshalb ist der rohe Blumenkohl tatsächlich die gesündere Variante. Also das könnt ihr auch mal probieren, ob ihr das mögt, beziehungsweise eure Kinder. Und das war es auch schon wieder bei Mami-Blog. Ich sage Tschüss ihr Lieben und bis zum nächsten Video.